Hi, ich bin Andi. Willkommen zum neuen Video. So, das letzte Mal hat ja relativ gut geklappt. Bei 40? 42? Aufgewertet? Klar. Selbstverständlich. 42. Lass mich alle meine Minions beschwören. Dann mal probieren, ob es funktioniert. Oder ob ich bestraft werde. Hier fehlt der Hund. Weder habe ich da Global Cooldown oder einfach nur viel zu dicke Finger. Ich tippe auf die Finger. Auf jeden Fall hatte ich bis gerade keinen Hund. Den merkt man enorm. Ja, gut. Aber, so wie es ausschaut, scheine ich das noch zu schaffen. Sehr frühe Prognose. Super. Ich bin guter Ding. Wir können doch noch mal ein paar gute Items vertragen. Da habe ich ja noch nie Glück gehabt. Oh mein Gott. Hey. Die haben aber auch ein Splash-Damage. Ist ja nicht feierlich. Ich hoffe, ich bekomme den Lift-Boss genauso schnell down. Oh yeah. Wie heißt der Scubber-Tools? Der Tänker. Der Tänker. Wie heißt der Scubber-Tools? Der Tänker. Wie heißt der? Irgendwie kann der nichts. Bravo, sagt er. Aaaaahhh... Cooldown! Es lohnt's nicht mehr... ...Pyrandias aus dem Glas zu kippen... Naja... Vielleicht doch noch... Ich brauche mehr Gegner, die weniger ausfallen... Jetzt müssen wir ein bisschen weiter voran gehen... Ah... Nur eine Million... Nur eine Million Schaden... Aber dafür noch genug Minions, die mir... ...nachschrecken... Bin ja echt mal gespannt, wenn ich hier das... ...Höllenzahn-Set komplett hab... Da... ...Höllenzahn... ...Panzer... Oh Gott... Ich sollte das... ...am Besten nachher... ...signieren... ...und nicht wenn ein Bossfight ist... Wie das denn hier abgeht mit den Piranhas und... ...und... ...Zombieangreifern... ...und wie ich ohne Fetische... ...und Opportunisten... ...klarkomme... Hier holen wir zur Zeit noch einiges raus... Das war's... ...Hm... ...Hm... Smh... ...Sphären... ...AK verzaubert... ...Vereiste Rischer... ...Ohh... ...Was ein Glück, ey... Das war's. Tada! Kommt davon, wenn man zu weit rausschwimmt. Das kommt nur davon, wenn man zu weit rausschwimmt. Jo, bam. Ärgert mich. Das war so unnötig. Ah, ah, ah. Naja. Einmal ist keinmal, oder wie war das? Trotzdem ist es auch unnötig. Gift verzaubert, Gewittersturm, Rückstoß, Illusionist. Kommt wieder alles dabei. Ich möchte gar nicht, müssen wir das in den höheren Rückstufen abgeht. Über 80. Es sind hier nur noch fiese Leute um dich rum. Kein Kierkegaard mehr dann kommt. Wollen wir einen Kaffee trinken? Nur noch Brains. Oh ja, keine Ahnung, was für viele Mops. Die kleine Minions-Blindern. Staubfresser. Ich habe mir nie Gedanken um die Namen der Monster gemacht, ne? Wenn man es dann doch mal liest, machen das schon einige keinen Sinn. Albtraumhaft, schnell, Mörser, Kahn verzaubert. So, klingt nach Spaß. Oder eben nach einem ganz schnellen Road. Die sind auch gar nicht so anziehbar, die Dicken. Sonst wird hier alles echt zu den Piranhas hingezogen. Aber die sind scheinbar. Kidnapp-assistent. Ja, die sind eigentlich zu groß zum Weckspülen. Pile of Isle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kriege einen Herzinfarkt. Ich brauche da gar nicht hingehen, ne? Ich brauche da echt nicht hingehen. So viele Laser-Strahlen. So, jetzt aber Pile of Isle. Ganz komische Geräusche von den kleinen gerade. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Die so vor sich hin stöhnen und echt keuschen. Noch nie gehört. Ist mir echt noch nie aufgefallen. Vielleicht machen wir jetzt noch, wenn ich nicht richtig Kick bekomme. Das wird dann doch echt schon wissen. Ey, ey, ey. Scheiße. Pylonen vorbei. Wiedergänger-Schild-Wache. Wiedergänger. Oh yeah. Ist Zeit für. Ist bestimmt Zeit für. Noch geht sie. Er hat dann noch ein paar Prozent. Elf. Ist vier Minuten Zeit. Er hat gar kein Kaffee trinken gehen. Dann. Kürzlich schnacken mit Kadalla. Abhalten. Fragen, was wir jetzt so im Angebot haben. Okay. Die grüne und blaue Rüstung. Die verkauft sie mir gerne. Wo greife ich den? Hier unten. Ne. Da. Ah, da oben. Oh. Ich bin geheilt. Ich bin ein bisschen eingemauert und verängstigt. Eisklumpen vor der Nase. So sterbe ich am liebsten. Ja, ja, ja. Geht schon wieder los. Oh. Noch. Der quäler. Der quäler ist ein guter. Ein fieser. Ah, der kann nix. Der geht down. Da geht er down. 3 Minuten 15. Amulett auch noch. Hallo Urschi. Was finde ich jedes Mal eine Lebensgeschichte erzählen? Langsam kenne ich die. Oh. Ich muss zurückkehren. Jo, jo, jo. Der... Orek? Die nehmen wir auch noch mit. Kadala. Die alte... Händlerin. Das war klar. Kadala ist manchmal so geizig. Heiliger Ernte. Das freut mich ohne Ende. Das freut mich richtig. Den brauche ich nämlich. Ja. Gut. Neandertaler. Schlechter Schnitzer. Krümlichens Halskette. Ja. Hedrick. Mein Freund und Kupferstecher. Du darfst alles haben. So. So, 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 so. Auge hält. Höllenpanzer hat schon. Vier. Zwei brauche ich noch. Hm, hm, hm. Ich habe sonst genug Müll. Da muss auch noch ein Sockel rein. Auch noch. Hm. Naja, gut. Ich denke, das war's für heute. Wenn euch gefallen hat, Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.